Also ich sehe nur, dass du kannst immer, wenn du neun Stück von einem hast, kannst du es einmal upgraden. Ja genau, aber was die bringen, keine Ahnung. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Drifter mit dem Korobai. Hallo! Von den Coden ran. Hallihallo. Hallo. Na? Na Synke? Was ist dein Ascension Ding hier? Äh, da. Ja. Genau da. Nein, die ist voll. Ja, genau. Internet läuft besser. Ich habe noch nicht ganz verstanden. Also was müssen wir jetzt machen? Die Boots wollte ich mir mal craften, ne? Ja, so. Jetzt muss ich meine Wechsel natürlich nur craften, aber ist ja egal. So. Also nicht nur craften oder leveln, aber ist ja egal. Ist ja egal. Strings und Aluminium. So. Wir wollen immer noch ne Blutnacht haben. Ja, die kam nicht, ne? Seitdem was sie wollen, kommt sie aber auch nicht. Das ist richtig. Davor hatten wir sie doch relativ häufig. Ja, ständig. Und sie will nicht mehr kommen, weil wir sie jetzt ständig gemieden haben. Und sie denkt sich jetzt auch, fuck you. Ich töte schon die ganze Zeit Monster. Also nach dem Motto, mach da mal. Also Jade-Schwert ist immer richtig geil. Ja, ist gut, ne? Vor allem, wenn du noch Quarz drauf packst. Hatte ich bei meinem alten ja auch. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Damage auf der Stelle, weil es komplett Jade ist, glaube ich. Aber dafür habe ich mein altes Jahr verloren. Ist nicht mehr gelevelt. Wie viel... Ja, genau. Wie viel... Wie viel Damage hast du denn, wenn du mit der Maus drüber gehst unten? Ähm... 18 Attack Damage. Ich habe plus 21, weil ich noch Quarz drauf gemacht habe. Ja gut, drei mehr. Wir machen es. Ja, klar. Du bist ein One-Hit, mein Freund. Wie viel hast du drauf? Plus du? Plus 21. Oh, ich habe nur 18. Hast du auch Jade? Ja, ja. Hast du Quarz schon drauf voll? Ja. Aber ich habe mal einen anderen Handhalter. Ihr könnt euch ja auch aus Jade jetzt den Rest gießen. Das kostet ja nichts eigentlich. Jade kriegen wir eigentlich relativ gut. So, was mache ich denn jetzt in der Folge? Ich gucke jetzt erstmal, ob ich noch einen Schokopedia habe. Habe ich. Gut, dann kümmere ich mich nämlich jetzt erstmal darum, dass die Kack-Schokobos da bleiben, wo sie sie hin sollen. Ich züchte weiter meine Kühe. Was für einen Baumwürttner geschlagen, ey? Unter deinem Haus. Der Baum unter meinem Haus? Den Monster töte, um hier noch mehr Sachen auf mein Schwert drauf machen zu können. Baum unterm Haus. Aber da war halt ein Baum. Ähm... Barrier heißt das Ding. So, bauen wir jetzt... Kann ich Feuervögel auch one-hitten? Ne, nicht ganz schade. Wo konnte man nochmal sehen, wie viele Modifier drauf sind? Äh... Shift drauf drücken. Aber dann steht da... Wenn einer noch über wäre, würde da stehen Modifier remaining eins. Okay. Skill-Level clumsy. Du kannst aber mit einem Dia und einem Goldblock, kannst du einen neuen drauf machen, ne? Mit einem Dia und einem Goldblock? Ja. Eigentlich haben wir doch ohne Ende, oder nicht? Also du kannst... Also wenn ihr noch einen... Also du kannst... Also wenn ihr noch einen... Ja. Weil du eine Autorepair noch nicht drauf hast, dann... Achso, auf der Rüstung, oder was? Ne, auf dem Schwert. Auf dem Schwert Autorepair? Ja, habe ich jetzt nicht drauf. Ist die Kacke, aber... Was habe ich... Was sehe ich eigentlich, was ich drauf habe? Shift. Das... Das Jade-Schwert hat sogar Sprint-Damage. Wenn ich normal zuhau, macht 10,5 Herzenschaden. Wenn ich sprinte und schlage, 15,5. Warte mal. Modifier... Wie kann ich den Modifier hochtreiben, hier? Äh... Leveln. Oder halt... Ne, ich meine, ich habe hier Quarz, 4 von 72. Ja, dann machst du mehr Quarz rein. Dann hast du... Dann erhöhst du das. Okay. Haben wir Quarz noch? Ja, ich habe in der Kiste. Oh, es regnet ja. Es ist ja lange her, dass ich hier mal geregnet habe. Ich habe Regen aus, ich sehe das nie. Ach du Kack-Schokobo, geh weg. So wanderst du eigentlich schon wieder? Ach, das war das? Stimmt. Ähm... Funktioniert das manchmal? Ja, ich mag Quarz rein. So, wie hat das denn jetzt nochmal mit den Schuhen funktionieren? Das waren die... Äh... Blöcke, oder? Für die Schuhe brauchst du zwei Lillipads. Ja, du kannst Blöcke oder normales Quarz. Zwei Lillipads und? Du brauchst Schuhe in der Mitte und zwei Lillipads. Mehr brauchst du nicht. Echt? Ja. Die haben wir doch hier vorne. Genau. Und das war dann hier, glaube ich, drin. Hä? Warum liegen hier 50 Diamanten denn in der Forge drin? Ach so, die habe ich da... Die sind noch von meinem... Ich... Ich stelle meinen Status wieder her. Wenn wir eigentlich nicht rein. Was muss es denn? Es muss einfach nur im... In der normalen Crafting Station oder was? Nee, im Tinkertable muss es... Ja, in der Crafting Station. Genau. Alter! Was haben wir denn eigentlich? Es ist Souls. Ist das nicht Blatt? Ist das auch irgendwas? Weiß ich nicht. Das ist auch nicht. Wäre mal interessant. Ich glaube, jetzt kommen die nicht mehr raus. Nee, ich mach den trotzdem durch. Reicht auch langsam. Das reicht auch langsam. Deine Schogis. Das Problem ist, dass sie die ganze Zeit Federn verlieren. Oh, really? Ja, genau. Genau. Ein Quarzball brauche ich noch. Weg. Wir brauchen aber noch mehr Schokoboos. So. Nein, das wollte ich nicht. Achja, ich brauch schon nochmal diesen Night Vision Trank, ne? Ja, genau. Ich geh die erstmal wieder bei dir unten in die Kiste rein. Oder brauchst du die oben rein? Die kommen eigentlich im Müll. Die sind... Bitte was? Die waren nur für den Stand, dass ich meine Rüstung wieder herstellen kann. Weil ich die ja doof verloren hab durch den Bug. Haben wir irgendwo Lava? Nee. Gib mir die mal. Ich schmeiß die dann weg mit dem Utility Mode. Kannst die auch in die Kaktusse werfen. Welche? Achja, egal. Ich schmeiß die jetzt so weg. In Utility Mode. Ähm. Was sagten wir jetzt noch? Eine Goldene Karrolle genau. So, jetzt hab ich mein... Grad komplett geupgradet. Machst du auch 21 oder was? Äh, 22 hab ich jetzt sogar. Wow! Hä? Wieso hast du so viel? Ja, komplett mit Quartz geupgradet. Wie viel Quartz hast du jetzt drin? Äh, ja voll. Ja, was ist voll? 144 oder was? Ne, 72 von 72. Ne, dann ist es noch nicht voll. Also hier steht 72 von 72. Jaja, aber ich hab... Ah, okay. Ich hab zwei Modifier mit Quartz. Ja, aber wie kann er denn höher haben als ich? Wie kann er höher haben als ich? Ja, aber ich hab auch 72, 72. Weil ich hab 144, 144. Ich hab wahrscheinlich ne... Was habt ihr für ne Waffe? Boljade. Aber er... Was hast du genau? Nein. Was für einen Griff hast du? Ach, du hast einen Kliever. Ein Kliever macht eh mehr Schaden. Ja, genau. Richtig. Achso, ja gut, dann. Lass mal nicht so verwirrt sein, ey. Stiftet mal nicht mehr so unruhig. Ein normaler Zombie. Warum bist du ein normaler Zombie? Was willst du hier? Du kannst doch eh nix. Guck mal, jetzt muck da auf. Ist da noch ne gute Wasser, ey? Das Kundran wäre ja... Sind aber auch relativ heftige Viecher. In seinem Element, ey. Da wir tatsächlich ja jetzt hier Souls haben. Aber wir haben hier... Du hast bestimmt kein Gold-Inget in deinem Lager, oder Nephi? Gold-Nuggets, aber das reicht nicht mehr für ein Inget. Äh... Nicht irgendeine Schmiede? Eine Schmiede. Doch, doch. Ich brauche nur eine Gold-Karotte. Oh, oh. Was los? Okay, ist nix hinter mir. Willst du Hilfe? Ne, ich hab grad schon wieder diese Meldung, dass was hinter mir ist. So. Ich muss vor der nächsten Session, also am Montag, gucke ich dann nochmal, wie ich Werwolf werden. Jetzt aber richtig. Ja, richtig. Haben wir Neterwarzen? Ja. Okay. Au. Das Ding hat immer einen guten Schaden gemacht. Komm mal kurz zu Goro rein. Hey Goro. Steht immer noch bei Goro. Ja, ich hab sie noch nicht abgeholt. Ja. Ich verstehe aber auch nicht, warum die ihren Status verlieren. Ich sag denen ständig, dass die irgendwo stehen bleiben sollen. Dann gehen sie immer zum Zaun. Schokoburst, Tränke... Äh, die sind bei Seeds, die Warzen. Irgendwas steppt hier doch noch rum. Die Warze-Uterant ist dann plötzlich da. Also dieses Souls-Nacht ist ganz schön anstrengend. Hier brauchen wir nämlich den Heidenschaden. Echt? Ja. Ja, die sind ein bisschen stärker als normale Gegner. Stimmt schon. Zum Glück bis jetzt nicht den Bug gehabt, dass ich die nicht sehen kann. Hattest du hier nicht irgendeine Wasserlöcher? Warum? Wofür? Ich muss Glasflaschen auffüllen. Ich muss auch Tränke machen. Achso, ja ich habe oben. Die unendliche Wasserquelle habe ich da. Bei Bottles ist es eh egal. Ja. Folgst du mir noch? Warum habe ich ein Viech bei mir im Haus? Ja, das kann passieren. Das ist, wenn die Seelen in dein Haus gehen. Das sind Geister, meinst du denen? Meinst du denen machen Geister was aus die Wände? Zwei Vogelgeister bei mir im Haus. Auch noch Feuervogelgeister. Ja. Goro Güll ist sogar bei Goro im Garten ey. Ist ja das was ich sagte. War richtig im Garten. Bei meinen Feldern? Ja. Was? Was? Die hat gefressen hat sie. Alter. Oh. Was los? Ach nö, hier war nur so ein Dicer. Und doch? Ja ja. Ein nicer Dicer. Ja. Genau. So. Night Vision Tränke sagst du. Und was brauchte ich noch? Äh. Night Vision Trank. Äh. Habe ich das Buch noch hier? Ja. Auf meinem Haustach steht jetzt auch noch so ein Ding. Du brauchst es für Night Vision einen. Eine goldene Karotte, ein Feuerzeug und ein Night Vision Trank. Ist das egal wie die angeordnet sind? Ne. Das, ja doch an sich schon. Aber es muss in der Mitte sein. Also das, äh, die Goggles müssen in der Mitte sein. Okay. Eine goldene Karotte, ein Feuerzeug und ein Night Vision Trank. Hier. Ja. Wollen wir vielleicht doch irgendwo mal schlafen? Hast du Angst? Ist das einfach zu hart oder was? Also mich hat bis jetzt noch kein Vieh angegriffen. Ja, ich greife die Dinger ja selbst an. Draußen laufen die Seelen rum. Ja, richtig. Wenn es wenigstens wie gesagt Blutmond wäre. Könnten wir das ja gebrauchen. Und Flint. Ach, da würdest du dich freuen oder was? Ja, ich will hier Monster töten. Da ich mich ja nicht auf das andere vorbereitet habe. Also auf Wehrwolf. Haben wir kein Flint? Boah, ne Flint kannst du aber auch Scrabble machen. Einfach ins Crafting-Dings zu. Oh shit, ich hab Leck. Okay, geht. Du wärst ein Sattel von euch. Einfach ins Crafting-Dings? Jaja, genau. Zwei Gravel oder so. Achso. So, dann hole ich mir jetzt mal das Chocoboda wieder raus bei Goro. Kann man eigentlich mal kurz bei Nephi ins Haus stecken. Aufgehen bitte. Danke. Flinten-Steel, Goggles, Poison. Night Vision. Ich hab bei Goro ne Sonnenblume abgebaut, glaub ich. Oder? Ne. Ich hab nur eine. Ne, es war die andere Blume, die hier stand. Weiß einer, ob diese Banner irgendwas bringen? Ne, keine Ahnung, ob die was bringen. Also ich seh nur, dass du kannst immer, wenn du neun Stück von einem hast, kannst du es einmal upgraden. Ja, genau. Aber was die bringen, keine Ahnung. Wie kannst du das dann upgraden? Kannst neun Banner, neun gleiche Banner zusammenpacken und dann kriegst du einen großen oder so. Ja. Genau. Viele hab ich dann. Ja, ich müsste mittlerweile auch, irgendeinen werde ich auch schon upgraden können. Ja, wir haben ja überall auch Banner hängen. Ich find's auch nett so, mit Bannern. Ist okay. So. So. Ich kann über Wasser laufen, ich kann, hab äh, nur noch meine Brust fehlt. Fehlt. Ganz kurz mal gucken, ob Steam irgendwas runterlädt oder so. Du brauchst ein Ender-Ei, also ein... Ein Ei auf Ender, ne Ender-Perle und Zucker. Wie mach... Zucker hab ich. Zucker. Ei auf Ender und ne Ender-Perle. Yes, ich hab ein weißes Schokobo. Das ist die, das ist eine Stufe vor Schwarz. Und äh, vor Gold. Blaze-Powder haben wir nicht, oder? Äh, müsste ich auch haben. Na gut. Die Visillen müssten ja jetzt weg sein. Hast du auch Ender-Perlen irgendwie? Ja, ohne Ende. Ich hab die ja, ich hab die ja mit dem Hammer immer gekriegt. Das heißt, du hast Ender-Perlen und du hast auch... Blaze-Powder. Warum hab ich denn jetzt wieder... Blaze-Powder hast du und Ender-Perlen, wo sollen die sein? Ender-Perlen sind bei Metalle drin. Und hier ist der Tod. Jaja, der Tod hat mich auch schon angegriffen. Oh Gott! Keine Ahnung, wie stark der Tod ist. Wieder was bei mir im Haus. Nein, ich glaub nur auf meinem Haus. Perfekt-Dodge? Ja. Gut, dann bin ich ja ausgerüstet. Im Keller. Wer ist das denn hier? Der Tod. Nein. Das war's mit ihm. Gott, ich hab... Hab ich denn jetzt... Blumen ist drauf. Woher kommt das jetzt? Den Tod jetzt... Hast du den Tod getötet? Mhm. Gut. Konnte der was? Naja, konnte der was? Töten. Töten. So, Leute. Äh... Sekunde. Okay. Und jetzt können wir. Warte. Noch. Lass mich hier noch einmal die Schokobus... ...machen. Nur noch blaue. Mann. Okay. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Mark Rothbüfter. Bis zum nächsten Mal. Tschö tschö.